Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden! Von vor kommt der Bischof! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luft machen! Ich will Felgelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Felgelein! 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 Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Dann soll die Armee bekehrt machen! Ich habe mich klar genug ausgetrüst! Felgelein! b Untertitelung des ZDF, 2020